Hallo zusammen und servus, willkommen auf dem deutschen Wolfszeit-Kanal. Yo, so, heute ganz wichtiges Thema, Granum extrahieren. Granum ist ja überall in Mortal Online und ich meine, das Zeug liegt wirklich überall rum. Deswegen wäre es ganz gut, wenn man weiß, wie man das Zeug richtig extrahiert. Ich meine, du willst ja auch mit Stahl rumrennen und nicht mit Billigzeug. So, wichtig, ganz wichtig, du brauchst dafür einen Haufen Skills. Ich habe das jetzt hier alles auf Englisch drin, weil ich das jetzt nicht noch wortwörtlich übersetze, weil das Spiel solltest du sowieso auf Englisch stellen, mal ganz abgesehen davon. Also die roten Skills sind die Primary Skills, das heißt, diese Punkte, die musst du sowieso da reinstecken. Und links ist die Liste quasi von Skills, die habe ich erstellt. Da ist ein Link in der Beschreibung, klar ist es auf Englisch. Da ist es schon vorgefertigt eingetragen, das heißt, du kannst den Link angucken, dann kannst du da reinschauen und dann kannst du hier die einzelnen Skills quasi angucken. Ich habe jetzt mal nur die wichtigsten Sachen rein, die man jetzt quasi zum Granum extrahieren braucht. Natürlich macht es Sinn, dass du die ganzen Unterskills, wie zum Beispiel hier Crusher, Grinder und so Zeug, dass du das auch alles lernst, noch dazu, zu dem Überskill. Also was du auf jeden Fall brauchst, ist natürlich der Crusher-Skill, der Ore-Extraction-Skill, der Furnace-Skill hier zum Beispiel. Also eigentlich alles, was du benutzt in Mortal tatsächlich jetzt zum Beispiel, du willst jetzt hier irgendwie die Steine schmeißen, jetzt in ein Gerät rein. Dann brauchst du die Skills für die Steine, Skills für das Gerät und alle Skills, was da rauskommt. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Und da kommt es natürlich darauf an, wie stark möchtest du das Zeug extrahieren. Zum Beispiel hier gibt es Basic, Intermediate und Advanced Extraction. Also das bedeutet quasi, wie weit willst du deinen Granum denn überhaupt extrahieren? Ich meine, manche Leute reicht ja schon, wenn sie da jetzt Flakes da rausbekommen oder irgendwelche Standard-Materialien. Reicht ja meistens vielen schon. Aber wenn du jetzt zum Beispiel die volle Kanne durchziehen willst, dann brauchst du natürlich alle möglichen Skills, die damit zusammenhängen. Also eben Basis-Extraktion, mittlere Extraktion und professionelle Extraktion. Wichtig ist auf jeden Fall diese Überskills. Also vor allem halt, wenn du es halt auch wirklich bis dann zum Lupium durchziehen möchtest, also bis zum Tankstil. Fangen wir mal beim extrahieren von Granum an. Also wenn wir zum Beispiel unser Granum nehmen und wir hauen das jetzt in den Crusher rein, dann kriegen wir da Blattohr raus und Amarantum. Blattohr braucht man zum Beispiel für die Stahlherstellung, aber wenn man zum Beispiel Feinstahl herstellen möchte, also den Tankstil, das kriegt man nur, wenn man das Amarantum weiter extrahiert. Aber fangen wir jetzt mal einfach nur mal mit dem Granum an. Also du holst hier ein Stack Granum, das heißt ein Stack sind immer 10.000. Du holst hier 10.000 Granum, schmeißt es in den Crusher rein, dann kriegst du das hier raus. Wenn du alle Skills 100 hast, kriegst du das so raus. Außer du bist ein Ogmir, dann kriegst du natürlich noch ein paar Prozente mehr durch deinen Clate Gift. Aber denk dran, das sind immer die Werte, wenn alles 100 ist, wenn du jeden Skill 100 hast. Ganz, ganz wichtig. Also jeder Skill, der mit der Extraktion zusammenhängt, mit was da rauskommt, was du da reinschmeißt und welches Gerät du benutzt. Das ist ganz wichtig. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel gerade unser Blattohr rausbekommen und natürlich unser Amarantum. Aber wir haben auch Flakestone rausbekommen und Flakestone ist tatsächlich ein gutes Basismaterial für, ja, die Waffen sind nicht so super, für das PvE super. Ist echt billig und ich meine, das ist so ein Produkt, das kommt sowieso mit raus. Also kannst du gleich hernehmen zum Waffen bauen oder so. Jetzt machen wir mal bei Blattohr weiter, wie man aus Blattohr Pick Iron macht, um dann daraus dann natürlich später dann Stahl zu machen. Ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und um aus Blattohr Pick Iron zu machen, musst du es in den Ofen schmeißen, in den Furnace. Und dazu brauchst du aber auch einen Katalysator. Also wenn du jetzt zum Beispiel, das ist so als Beispiel, du nimmst ein Stack Blattohr, schmeißt du eine Furnace rein, in den Ofen, dann brauchst du tatsächlich zum Beispiel Katalysator wie 560 Sulfur oder so. Weil ansonsten kriegst du halt nur irgendwie 1000 Pick Iron raus, aber du möchtest ja 4000 rausbekommen. Also musst du halt so einen Katalysator mit reinschmeißen. Und wenn du jetzt natürlich weniger Blattohr reinschmeißt, dann brauchst du natürlich auch weniger Katalysator. Das musst du dir natürlich dann ausrechnen, je nachdem wie viel du halt reinschmeißt. Das ist logisch, ne? Aber da machen so viele Leute immer so viele Fehler, unglaublich. Oder dass sie irgendwelche Skills davon nicht haben, Wahnsinn. Naja, egal, geh mal, geh mal, geh mal weiter, weil wir müssen noch die anderen Materialien, müssen wir auch noch durchkriegen. Also schauen wir mal unser Amarantum an. Da kriegst du halt so Sachen raus, wie Kellermine für Mages und so, ist ja auch egal erstmal. Elektrum ist noch etwas wichtig. Kuprum, Kuprum kannst du zum Beispiel für Sperre hernehmen oder für leichte Waffen oder, ja, ist eigentlich auch ganz gut. Ist halt ein By-Product. Und du kriegst natürlich noch Bleak raus, Black kriegst du raus. Und wenn du das halt, das ist ein Baumaterial, das nimmst du halt her für, wenn du irgendwas bauen willst oder so. Das nimmst du nicht für Waffen und auch gar keinen Fall für Rüstungen, weil das ist absolut scheiße. Also was Waffen und Rüstungen angeht und so Zeug. Aber zum Bauen von Sachen, perfekt. Weil es halt auch arschbillig ist, weil es halt ein Nebenprodukt ist. Und dann natürlich noch das Wichtigste, Waterstone. Das braucht man dann für die Feinstahlherstellung, für die Tankstileherstellung. Aber jetzt, wie man Wasserstein, Waterstone herstellt erstmal, also du nimmst dann Amarantum, schmeißt es in den Crusher rein. Ja, in den Crusher, aber ohne Katalysator, ganz wichtig, ohne Katalysator. Dann kriegst du nämlich 900 Wassersteine raus. Wenn du dann einen Amarantum rein, also einen Stack, also einen 10.000 Amarantum schmeißt rein, kriegst du 900 Waterstone raus. So, da wir jetzt unser übersexuell geiles Waterstone haben, können wir das natürlich weiterverarbeiten zu Lupium und Gemmetal. Und das Allergeilste ist, Gemmetal zum Beispiel ist ganz gut für Tendramic Messing. Das ist ein super Messing für schwere Exe und so. Und Lupium brauchen wir für unseren Feinstahl, für unsere Tankstileherstellung. Und Tankstile ist dann einfach eines der besten Materialien. Also es ist nicht das Beste, ist klar, da gibt es noch Cronite und Ogmium und so, aber es ist sehr, 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 sehr gut. Man braucht dazu aber natürlich auch den Alchemie-Skill, weil wir werden jetzt dann gleich den Fabricola benutzen. Und dazu brauchst du leider auch die Alchemie-Skills, zumindest um den Fabricola zu benutzen. Das hier ist zum Beispiel ein Fabricola. Da schmeißt du deinen Stack Waterstone rein oder halt auch weniger. Musst halt dann den Katalysator-Fummings halt, musst halt dann ein bisschen runter kalkulieren. Und dann kriegst du dein Lupium und dein Gemmetal raus. Natürlich kriegt man da nicht so viel raus, das Zeug ist ja auch arschteuer. Ist nur wichtig, dass man hier den Katalysator nicht verkackt, weil sonst, oder zu wenig Skills hat, weil sonst hast du echt viel Geld in den Sand gesetzt. Kommen wir noch ganz kurz zum Elektrum, wie man das extrahiert, das ist eigentlich auch relativ simpel. Da kommt halt Gold, Silber und Kupfer raus. Klar, Kupfer kannst du ja nehmen für die Waffen. Silber und Gold ist jetzt nicht das beste Waffen- oder Rüstungsmaterial, ich würde es ja nicht empfehlen. Ist eh viel zu schwer, der Scheiß. Aber die kriegen später noch mehr Use Cases, wenn Star Wars das mal reinpatcht. So, Elektrum schmeißt du in den Ofen rein. Nimmst du als Katalysator, Kalkspowder oder Sulfur oder Wasser oder sonst irgendwas. Und da gibt es Listen, das habe ich mal in der Beschreibung verlinkt. Was jetzt auch wichtig ist, klar, wie stellst du jetzt zum Beispiel Stahl her oder so, ne? Und da kommt das Ding hier ins Spiel, das ist nämlich unsere Refining Table. Das ist eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Da steht ja zum Beispiel drin, wie man Stahl herstellt. Und für Stahl brauchst du natürlich erstmal Grobstahl, also Grainsteel. Und um Grainsteel herzustellen, brauchst du, ha, unser Pick Iron, was wir vorhin hergestellt haben. Und Kalkspowder kriegst du aus Kalks und Coke kriegst du aus Kohle. Kannst aber auch der Tabelle entnehmen von vorhin. Und das Mischverhältnis ist immer 2 zu 1 zu 1. Das bedeutet, für einen Stahl brauch ich einen Pick Iron, einen Kalkspowder und einen Coke. Oder halt 10.000, 5.000, 5.000. Und leider kann man diesen Refining Ofen hier nicht in Häuser stellen. Das ist ein bisschen schade. Also, ja. Aber ich hoffe jetzt, das Tutorial hat dir geholfen. Weil Mortal ist ja manchmal echt ziemlich hart. Und es wird immer ziemlich wenig erklärt. Und das ist manchmal echt scheiße. Aber ich hoffe, das hat dir jetzt ein bisschen geholfen. Und wenn du jetzt zum Beispiel andere Sachen extrahieren möchtest, wie zum Beispiel Kalks oder Tefra oder sonstiges Zeug. Klar, da habe ich noch alte englische Tutorials dafür auch. Aber du kannst dieses selbe Prinzip hier von Granum einfach auf die anderen Sachen auch anwenden. Ich meine, die Tabelle hast du ja jetzt. Dieser Rock Fible, wo das Zeug drinsteht, was man mit wie viel Katalysator wo reinschmeißen kann und so. Aber vom Prinzip her ist es genau dasselbe, wie jetzt hier mit dem Granum. Nur halt ein anderer Stein, kommen wir andere Materialien raus. Ja, genau was da vielleicht auch noch wichtig ist. Ich würde dir echt empfehlen, das Spiel auf Englisch umzustellen. Selbst wenn du viele englische Begriffe vielleicht erstmal nichts anfangen kannst oder so. Hat mich ganz am Anfang 2009, hatte ich mir da auch ziemlich schwer getan mit den ganzen englischen Begriffen Käse und so. Aber wenn du halt mit anderen Leuten redest, wenn du international mit jemandem redest oder eigentlich jeder benutzt die englischen Begriffe. Deswegen ist es immer ein bisschen unsinnig, da mit den deutschen schlechten Übersetzungen, die wir auch, da war ich auch daran beteiligt. Ja, ich bin mitschuld, tut mir leid. Da sonstiger Schrott drinsteht, der halt nicht mal richtig übersetzt ist oder teilweise einfach falsche Begriffe drin sind, ist katastrophal. Also ich würde es dir wirklich empfehlen, stell das Spiel auf Englisch um. Das ist allein schon leichter, wenn du mit anderen Leuten handelst oder so und dann weißt du, ach okay, das heißt Blattohr und nicht Bluteisen oder keine Ahnung, wie das auf Deutsch nochmal heißt. Keine Ahnung, irgendein Schmarrn halt. Ja bitte auch deine Meinung da, lass in den Kommentaren oder Vorschläge, was für Tutorials denn gewünscht sind oder sonstiges Zeug, ja. Wäre echt total geil und wenn du es auch einfach teilst irgendwo, wäre das natürlich auch super, dass wir ein bisschen Awareness spreaden hier. Ah ja genau, und wenn du eine deutsche Gilde suchst oder so, schau einfach mal in die Beschreibung rein. Es sind mittlerweile leider schon so viele, dass wir echt gucken müssen, wen wir aufnehmen oder so. Aber vielleicht klappt es ja. Auf jeden Fall, ja, genau, das wollte ich jetzt noch sagen. Ja genau, Like da lassen, ja, die Glocke drücken, ich habe nicht das andere Wort gesagt. Und natürlich vielen Dank an die Supporter, die wahrscheinlich das Deutsch nicht verstehen könnten. Aber hey, danke, Karmel, Professor Olukeri aus Love of Gaming, Spice, Gentlemen, Ronos, Partanax, Mip, Columbo, Dog, du und alle anderen natürlich auch. Und immer dran denken, niemals vergessen Das Granum hart zu machen Ich meine natürlich Partyart Ja, bis zum nächsten Mal, ciao Warte mal, ich bin doch Bayer, servus